Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sonderfolge der Windows History Serie. Nachdem wir uns letzte Folge Windows 11 ausgiebig angeschaut haben, was ja das aktuellste System ist, gehen wir jetzt wieder ein bisschen zurück in die Vergangenheit und schauen uns jetzt nochmal die Zwischenversionen an, die etwas, sagen wir etwas besonderen Versionen, teilweise Vorversionen. Wir beginnen damit direkt mit dem ältesten, was ich derzeit noch so gefunden habe, und zwar von Windows 95, die Chicago Version. Chicago war sozusagen der Codename von Windows 95 und die ersten Alpha-Releases, kann man es eigentlich fast schon nennen, die hießen dann eben Chicago. Ursprünglich 93 auf den Markt gekommen, glaube ich zumindest. Es ist gar nicht mal so leicht im Übrigen eine Version zu finden, die sich hier auf meinem Rechner installieren lässt. Ich habe es jetzt drücklicherweise geschafft mit der Version 4.00.73F. Die habe ich jetzt hier auch schon in mein CD-Laufwerk eingelegt. Allerdings kann ich jetzt hier, ich habe jetzt hier auch schon DOS installiert, das brauchen wir nämlich, kann ich jetzt von hier aus nicht auf mein CD-Laufwerk zugreifen, denn der sagt jetzt hier einfach ungültige Laufwerksangabe. Denn DOS hat von sich aus noch gar keinen CD-Treiber drauf. Den müssen wir uns also erstmal noch holen. Dafür lege ich als erstes hier meine CD-Treiber-Diskette ein. Habe ich jetzt hier schon vorbereitet, die noch kurz connecten. So, jetzt ist sie drin. Gehen wir auf A, hier ist im Grunde der Treiber drauf. Gehen wir einfach Install ein, da kommt hier noch ein Fenster, drücken wir einfach auf OK. Und so, dann können wir neu starten. Okay, jetzt ist die Skate noch drin, die muss ich natürlich vorher nochmal rausnehmen. Jetzt können wir neu starten. Jetzt sehen wir auch schon hier, unser Treiber wird geladen. Und wenn ich jetzt D drücke, das wird auch da schon angezeigt, D habe ich jetzt hier unsere CD. Hier müssen wir jetzt einfach in den Ordner Retail rein. Und hier haben wir eine Datei, man sieht hier ist ganz schön viel drin, die heißt Setup. Und hier haben wir das Ganze auch schon. Hier bekommen wir jetzt direkt nochmal eine Warnung, dass wenn wir diese Pre-Release nicht offiziell benutzen dürfen, dass wir sie dann eben auch nicht benutzen dürfen. Na gut, das Ganze ist schon relativ alt, von daher können wir das Ganze jetzt hier mal ganz gelassen sehen. Klicken wir einfach auf Continue. Jetzt wird uns hier, wie man es bereits bekannt ist, hier nochmal eine Information angezeigt. Drücken wir nochmal auf Continue, nochmal. Und dann klicken wir unten nochmal, dass das Ganze nicht nochmal angezeigt werden soll. Und akzeptieren das Ganze. Jetzt haben wir gefragt, ob wir die Pluspack-Komponenten installieren wollen. Sind so ein paar nützliche Utilities, wo ich jetzt auch nicht genau weiß, was die machen. Ich klicke einfach mal auf Jetzt, mal gucken was kommt. Und jetzt fängt er ja an, das System zu analysieren. Jetzt kommt schon mal eine witzige Sache, wenn ich jetzt hier oben auf Help draufgehe, hier steht F1. Und wenn ich da jetzt mal draufklicke, dann bekomme ich einfach eine Fehlermeldung. Sorry, not yet implemented. Also Entschuldigung, ist noch gar nicht implementiert. Da sieht man schon, ist eine ziemliche Vorversion. Nachdem wir jetzt hier ein paar Sekunden gewartet haben, das dauert auch gar nicht so lange, können wir uns jetzt hier entscheiden. Entweder wir wollen direkt starten oder wir wollen das Ganze nochmal customizen. Ich nehme nochmal Customize. Wir können zum Beispiel das Verzeichnis wählen, wo das Ganze reingepackt werden soll. Wir können sogar auch upgraden von einer alten Windows-Version. Ich habe jetzt hier keine drauf, deswegen hier. Er packt es automatisch in CS Chicago. Da kann er es meinetwegen auch reinpacken. Wir können die Komponenten auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal alles, was drin ist. Wir können das Netzwerk noch verändern. Allerdings ist es auch schon ein bisschen peinlich. Mir wird zwar angeboten, hier das Netzwerk zu ändern. Dann bekomme ich eigentlich eine Fehlermeldung. Ich soll das nachher machen. Und wir können natürlich auch noch die Einstellung des Rechners an sich verändern. Zum Beispiel jetzt hier die Sprache. Ist eigentlich hier nur Englisch drin. Von daher, naja, gibt es nicht viel zu ändern. Gut, klicken wir auf Beginn Setup. Jetzt sagt er hier noch ganz kurz, er hat ein paar Geräte nicht gefunden. Klicken wir auf OK und nochmal auf OK. Und dann können wir hier, wie wir es kennen, den Namen eingeben. Wenn wir jetzt auf Help klicken, kommt immer noch das Gleiche. Also hier gibt es überhaupt gar keine Hilfe. Company nehme ich natürlich jetzt einfach mal wieder das Gleiche. Ich weiß gar nicht, ob wir die eingeben müssen. Und jetzt brauchen wir eine Beta-Site-ID und ein Passwort. Die wurden damals anscheinend von Microsoft vergeben an Nutzer, die eben, ich sage es mal, berechtigt waren, diese Betas zu benutzen. Und die Beta-Site-ID ist in diesem Fall 101. Ja, ich muss hier auf die 1 noch drücken. 101. Und dann 907. Das ist die ID. Das Passwort ist 999-B48-E76. Das ist das Passwort. Da können wir auf OK klicken und das Ganze nochmal bestätigen. Und dann klicken wir hier auf Yes. Und dann sehen wir schon, das Ganze wird direkt installiert. Wenn wir falsche Daten eingeben würden, dann würde er direkt einen Fehler anzeigen, dass irgendwas nicht geklappt hat. Allerdings sagt er nicht genau, was falsch ist. Also da muss man aufpassen. Also wenn er bei euch da irgendeine Fehlermeldung anzeigt, dann werdet ihr wahrscheinlich die falschen Daten haben. Jetzt kann ich hier doch das Netzwerk einstellen. Das ist das, was wir vorhin gerade geschaut haben. Allerdings kann ich hier nicht so viel machen. Von daher überspringen wir das erstmal. Klicken auf Continue. Und das Setup ist jetzt complete. Da können wir den Computer neu starten. Wie man sieht, ist es ziemlich deutlich einfacher als das von Windows 95. Und hier haben wir auch schon den Startbildschirm. Wie gesagt, ist die Vorversion von 95. Und jetzt ist er direkt erstmal wieder abgekackt. Deswegen bin ich jetzt hier auch nochmal zurückgesprungen. Denn es kann passieren, dass wenn man das Ganze so installiert, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, sprich direkt von der CD, dass dann eben genau das passiert, was wir jetzt gerade eben hatten, dass der Rechner dann einfach nicht bootet. Wenn ihr das Problem auch habt, es kann sein, dass es bei euch auch so funktioniert. Bei meinem Test hat es zum Beispiel auch so funktioniert. Jetzt hier im Video nicht. Wenn ihr das auch habt, dann müsst ihr einfach nur die Dateien von der CD vorher auf eure Platte kopieren und dann solltet ihr das Ganze auch klappen. Ich habe die CD jetzt hier schon wieder eingelegt. Bin jetzt hier nochmal zurückgesprungen auf unseren DOS. Hier stelle ich mir jetzt einfach ein Verzeichnis, was ich jetzt einfach hier mal Win nenne. Ist völlig egal. Und dann mache ich einfach X, Copy und dann Slash S für Subverzeichnisse und dann einfach D Doppelpunkt Backslash, ne einfach nur D Doppelpunkt, das reicht. Und dann C Doppelpunkt Backslash Win. Das können wir so abschicken. Wir sehen, das Ganze wird jetzt hier rüber kopiert auf die Platte direkt. Und wenn wir fertig sind, können wir einfach CD Win machen. Hier, da haben wir jetzt auch wieder unser Retail. Da gehen wir wieder rein und hier starten wir wieder unser Setup. Hier können wir uns wieder, wie gerade eben, schön durchklicken. Da wir das gerade eben auch schon gesehen haben, kürzt ich das jetzt hier etwas ab. So, Daten schon reingegeben, klicken wir auf OK und auf Yes. Jetzt kopiert ihr die Dateien wieder rüber, von der Platte auf die Platte und dann wieder hier Continue und OK. Jetzt startet er wieder Windows. Und da haben wir das Ganze jetzt auch schon. Wir sehen hier mit der Grundschon an der Construction. Den Benutzer da müssen wir jetzt natürlich nochmal eingeben. So, Passwort brauchen wir keins. Klicken wir auf OK und auf No. Passwort brauche ich es nicht erstellen. Einen Drucker brauche ich jetzt auch nicht einzurichten, denn ich habe gar keinen angeschlossen jetzt hier. Und da haben wir das Ganze auch schon. Als Hintergrundbild haben wir einfach hier dieses Under Construction Bild, was natürlich zeigen soll, dass das Ganze hier noch in Erstellung ist. Wir haben hier schon unsere Taskleiste. Die ist ja hier neu dazugekommen. Ist eigentlich noch ziemlich einfach gemacht. Sag ich erstmal, wir haben ja auch noch so einen Dr. Watson, den wir anklicken können. No Faults Detected, 91 bis 93, OK. 1.00B ist es ja anscheinend. Sonst scheint da eigentlich keine wirkliche Funktion zu haben. Wir können halt hier einfach raufklicken, Restore. Dann kommt natürlich bloß diese Meldung. Können Sie ganz noch Moven, Maximisen. Kommt übrigens auch das Gleiche. Oder eben ganz normal einfach schließen. Dann haben wir hier unser Startmenü hier unten. Das sieht noch so aus. Ein wirkliches richtiges Startmenü gab es nämlich noch nicht. Es gab bisher nur diese Auswahllisten hier. Wir haben unser ganz normales Run. Allerdings hier noch unter State Normal und dann haben wir das Ganze auch noch die Möglichkeit, das maximiert minimiert zu machen. Das ist auf jeden Fall auch neu. Dann haben wir die Tasklist. Der Vorgänger vom Taskmanager. Hier sehen wir aktuell noch gar nichts. Wir können eigentlich hier auch in der Application starten oder Windows runterfahren. Programs können wir hier auch starten. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier mal unseren Rechner starten, dann taucht er hier auf. Gedenfalls haben wir jetzt hier diese ganzen Tasks auch hier nochmal als extra Mini-Fenster, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn ich hier draufklicke, dann kann ich den Taschenrechner starten. Was wir hier auch noch nicht haben, sind die Schließen-Buttons. Ich habe hier nur Minimieren. Schließen müssen wir nach wie vor hier über den Close-Knopf hier. Und dann ist meine Tastenlist auch schon wieder leer. Hier habe ich jetzt auch noch zuerst den Maximumieren-Button, aber den Schließen-Button haben wir hier noch nicht. Der war also hier in dieser Beta noch nicht mit bei. Die Icons sehen auch etwas anders aus. Wir können mal direkt mal versuchen, ob wir hier Treiber installieren können. Das würde mich auch mal interessieren. Ich glaube nämlich, ich bezweifle, dass es geht. Aber wir können es natürlich ausprobieren. So. Die CD ist auf jeden Fall eingelegt. Jetzt ist die Frage, ob er die automatisch startet oder ob ich die hier rüber starten muss. Nee, kann er nicht starten. Okay, hatte ich mir fast gedacht. Gut, dann müssen wir hier ohne Treiber leben. Dann haben wir eben hier ein etwas schlechteres Bild. Dann müssen wir noch alles so schließen. Was wir eigentlich schon haben, ist die Rechtsklick-Funktion. Da haben wir ja auch als erste Option die Tasklist. Dann können wir hier die Icons sortieren. Also hier die Desktop-Icons. Die kann man an der Seite sortieren. Und wir können hier sie auch automatisch anordnen lassen. Oder eben Snap-to-Grid. Heißt sozusagen, wir können die nach einem Raster anordnen. Jetzt aktuell, wie es derzeit ist, kann ich sie hier auch frei auf dem Bildschirm verschieben. Ich kann sie auch sozusagen überlappen machen. Und wenn ich jetzt hier mal sage, Snap-to-Grid. Da sind die jetzt hier im Raster noch drin. Wenn das dann noch funktionieren würde, heißt das natürlich. Ups. Okay, man kann die Computer in den Bildschmeißen. Das passiert jetzt auch nicht. Ich habe zwar das Snap-to-Grid drin, aber anordnen lässt es sich trotzdem nicht. Scheint natürlich zu sein, dass es doch gar nicht implementiert sein könnte. Da haben wir noch My Briefcase. BFC ist automatisch mit drauf. Ist sozusagen so eine Art... Ja, ich weiß auch nicht genau, was das sein soll. Programs ist im Grunde, dass wir es auch hier unten im Startmenü gerade eben schon hatten. Hier in der Tasklist. Hier. Options. Always on top. Haben wir heutzutage immer noch. Reminimize. Text Small Icons. Dann ist das Ganze hier etwas kleiner. Status Bar ist die da unten. Die aber im Grunde sowieso nichts anzeigt. Und Help haben wir gar keine. Okay, machen wir Close. Startup dürfte natürlich nichts drin sein. Doch hier unser Dr. Watson. Den können wir natürlich rausnehmen, denn der hat im Grunde, wie man vollständig sieht, auch keine wirkliche Funktion. Main haben wir hier noch. Da wir unter anderem hier unser MS-DOS-Prompt. Was wir öffnen können, sieht so aus. Wir wissen auch hier, Microsoft Chicago Version 4.00. Beziehungsweise eigentlich 4.00.73F wird dann jetzt hier nur als 4.00 angezeigt. Und wie gesagt, das ist noch die einzige Funktion jetzt Close. Können wir das Ganze hier anscheinend auch nicht. Wir müssen das Ganze hier zwingend über Exit verlassen. Clipbook Viewer. Ja, können wir sozusagen unser Clipboard anzeigen lassen unter anderem. Und mehrere Clipboards wahrscheinlich auch machen. Kabinett. Passiert gar nichts. Drucker haben wir keine und Control Panel ist natürlich ganz klar unsere Systemsteuerung. Hier können wir natürlich mal versuchen, ob wir hier Desktop zum Beispiel den Desktop anpassen können. Erstmal hier noch den Background to Work. Win-Logo. Okay, was das für Windows-Logos weiß ich jetzt zwar nicht. Können wir jetzt mal kurz mal applyen. Achso, hier sieht es ein bisschen besser aus. Hier sieht man so ganz leicht, die Windows-Logos. Dann haben wir hier noch so einen komischen, ja, Karos. Und hier zickzack. Okay, wer sowas als Desktop-Logo haben will, weiß ich jetzt aber auch nicht. Squares haben wir natürlich noch, sieht man hier auch sehr gut. Rivets, das sind einfach nur hier Punkte. Redbrick, okay, wer eine Steinmauer als Blistop-Hintergrund haben möchte. Leaves. Okay, für Kinder wahrscheinlich ein bisschen interessant. Honig, Waben. Ägyptische, okay, einfach nur so eine Zeichen. Constrict. Ich weiß jetzt aber auch nicht genau, was das sein soll. Chicago ist natürlich auch ganz klar hier. Ich konnte das Ganze irgendwie kleiner machen, man kann es verschieben natürlich. Dann muss man minimal. Der ursprüngliche Chicago-Hintergrund, ups. Wind 32C. Wie man sieht, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Castle. Okay, jetzt sind einfach nur wieder so eine Steine. Autos, die einfach nur auf dem Parkplatz stehen. Okay, wer sowas als Desktop-Logos haben will, weiß ich jetzt aber auch nicht. Aber geil. Dann haben wir hier nochmal irgendwelche Karos. 256 Farben. Soll zeigen, was die Grafikkarte so alles drauf hat. Oder gar keinen. Dann haben wir einfach hier unseren standardmäßigen Hintergrund, wo wir einfach gar nichts drauf haben. Oder wieder hier unseren Work in Progress. Farbe kann man natürlich auch verändern. Ganz normal, wie wir scannen. Ich lasse eigentlich jetzt hier mal im Standard. Screensaver. Bildschirmschoner sozusagen. Allerdings hier noch ohne Abdunklung, sondern das Ganze wird einfach direkt auf dem Bildschirm abgespielt. Wir können auch hier den Blankscreen machen. Dann wird der Bildschirm verdunkelt. Flying Windows. Auch hier haben wir nochmal unsere Sterne-Zachen. Nur eben hier noch mit Windows-Logos. Dann haben wir hier einen Text, den wir einblenden können. Windows 3.1 steht jetzt hier in dem Fall. Obwohl es eigentlich gar nicht Windows 3.1 ist. Mystify. Ist auch wieder hier so ein Zeichen, die sich einfach bewegen. Starfield Simulation. Das sind die Sterne. Im Grunde das gleiche wie das von vorhin. Nur eben mit Sternen. Und das war es auch schon. Und die Bildschirmeinstellungen. Mehr als 16 Farben können wir leider nicht einstellen. Wir können allerdings mal versuchen, das Ganze etwas größer zu stellen. Ne, können wir auch nicht. Will er nicht. Ist er auch zu doof für. Display Type können wir noch verändern. Hier die Grafikkarte. Allerdings habe ich auch hier keine Treiber drauf. Deswegen können wir die natürlich auch nicht auswählen. Wenn wir jetzt die Sachen in der Tastleiste haben, werden die zusätzlich auch noch hier angezeigt. Was das genau bringen soll, keine Ahnung. Ich persönlich finde es ein bisschen unnötig. Und Main hatten wir jetzt eigentlich auch schon alles durch. Abgesehen hier von den Kontrollpanelsachen. Aber ich glaube, da können wir auch nicht so viel einstellen. Internet haben wir soweit ich weiß hier auch noch nicht. Wir können zwar hier Modems auswählen. Allerdings, naja, habe ich hier keins, was ich hier auswählen kann. Deswegen, naja, sind wir schon nichts Kompatibles gefunden. Können wir also auch nicht machen. Denn ich habe gar keinen Vodab angeschlossen. Wir gehen weiter zu den Games. Wir haben einmal Free Cell. Das müssen wir erst mal starten, das Game. Okay, das ist so eine Art. Ja, ich weiß auch nicht genau, was das für ein Spiel ist. That move is not allowed. Kann ich das da auf tun? Nee. Oder muss ich das andersrum? Ass. Ich weiß. Achso, ich muss mit Ass anfangen. Ja, klar. Aber das sind solche Spiele, die kann ich überhaupt nicht. Also wirklich. Den kann ich jetzt auch wieder hier weglegen. Also ich müsste wahrscheinlich jetzt irgendwie versuchen, hier an irgendwas ranzukommen. Aber das Spiel kann ich überhaupt nicht. Free Cell. Vielleicht kann es ja einer von euch. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Nein. Achso. Hertz kenne ich jetzt auch so direkt nicht. Gebe mir jetzt einfach mal einen Namen. Okay, das Y ist da oben. Und ich klicke natürlich auf Quit und nicht auf OK. Jetzt klicke ich mal auf OK. Okay. Aber auf das Spiel weiß ich nicht ganz genau, wie es funktioniert. Man muss irgendwie Karten tauschen oder so, wie ich das verstanden habe. Man hat jetzt hier vier Spieler. Man muss irgendwie zu viert irgendwelche Karten tauschen und da hinlegen. Keine Ahnung, wie es geht, falls ihr das irgendwie besser wählt. Man könnte es natürlich schreiben. Mein Sweeper, der absolute Klassiker. Wir können aber versuchen, nochmal eine Runde schaffen. Ich mache es eigentlich meist so. Ich mache einfach hier die Ränder auf. Da ist zum Beispiel definitiv eine. Da ist eine. Das Fenster ist natürlich sauklein. Das ist immer schwer zu sehen dann. Da ist nichts. Dann ist hier auf jeden Fall eine. Dann ist da keine. Da ist eine. Also wer mein Sweeper nicht kennt, ist eigentlich ganz easy das Spiel. Oh, vier sogar. Eins, zwei, drei, vier. Ja, also wie viel schwierig. Das muss ich gerade selber überlegen. Eins, zwei, drei. Zwei. Dann ist da keine. So, hier muss eine sein. Drei, eins, zwei. Ja gut, da kann natürlich wieder überall eine sein. Eins, zwei, drei, vier. Muss hier irgendwo auch eine sein. Hier müssen drei sein. Eins. Die beiden sehen nicht. Ja, das kann ich eigentlich nur noch raten. Und ich habe es natürlich falsch. Komm. Ich will jetzt eine Runde schaffen. Auf Windows Chicago eine Runde Mainz-Weeper schaffen. Komm, das kriegen wir hin. Zack, zack. Das, auf jeden Fall keine. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Dann, ähm, ja. Geht schon wieder los. Oh, vier sogar. Eins, zwei, drei, vier. Ja, wieder mehrere Positionen. Das ist natürlich jetzt ein Spielfeld. Da kannst du eigentlich teilweise wirklich nur noch raten. Eins, zwei. Hier muss eine sein. Dann ist da keine. Genau eine. Zwei, dann ist da keine. Dann muss hier eine sein. Eins, zwei, drei, vier. Natürlich wieder mehrere Möglichkeiten. Das ist immer schlecht. Drei, eins, zwei, drei, vier. Auch wieder hier. Hier und da muss aber auf jeden Fall eine sein, weil hier zwei sind. Also für alle, die Mainz-Weeper nicht kennen, ganz einfach erklärt. Die Zahl, die hier steht, die sagt sozusagen, wie viele Minen in der Nähe von dem Feld sind. In der Nähe halt sozusagen einmal ringsherum. Das ist, sagen die Zahlen. So, drei habe ich jetzt hier zum Beispiel. Das heißt, hier und da sind schon zwei. Das heißt, eins von den dreien muss eine sein. Jawohl, das war jetzt geraten. Dann muss da auf jeden Fall eine sein. So, zwei. Da oder da. Ich sage hier, weil da mehr sind. Und ich hatte recht. Jetzt weiß ich zum Beispiel, hier ist keine, hier ist keine. Und hier ist auch keine. Und da sieht man schon, aber jetzt relativ schön offen. Hier ist auf jeden Fall noch eine. Und jetzt müssen wir natürlich gucken. Hier ist eine Eins, da ist schon eine. Das heißt, hier ist keine. Genau. Und jetzt haben wir es dadurch auch geschafft. Und können uns jetzt hier unseren Highscore eintragen. Wie man sieht hier, 99 Sekunden Anonymous ist natürlich kein echter Nutzer. Das ist einfach nur hier Platzhalter sozusagen. Klingen wir auf OK. Und dann haben wir das Ganze geschafft. Können jetzt hier nochmal raufklicken und das Ganze nochmal neu starten. Aber das reicht jetzt auch. Da haben wir hier nochmal das Ganze, mal eine Solitär mit den wechselnden Bildern. Wollte ich hier oben spielen, aber das ist auch so ein Spiel, das, ja. Ich glaube, man muss mit Ass anfangen. Genau, man fängt mit der Eins an. Und da muss man halt so lange durchschalten hier, bis man irgendwas findet. Ich glaube, nee, das geht auch nicht. Bis man jetzt zum Beispiel jetzt hier ein weiteres Ass oder eine Zwei findet. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ich kann nur die oberste nehmen, ne? Das Ass würde ich jetzt natürlich gerne haben, aber das ist natürlich immer so eine Sache hier. Kann ich mir irgendwie Tipps geben lassen oder so? Nee, auch nicht. Weil eigentlich kann ich, dass ich immer noch Karten weglegen kann, weil... So komme ich nicht wirklich weiter. So kann ich jetzt die ewig spielen. Da wird ja jetzt nichts anderes mehr rauskommen. Also, gut. Undo. Okay, Undo heißt einfach nur so. Deal. Heißt einfach nur mal von vorne starten. Jetzt sehen wir schon einen besseren Start. Jetzt haben wir zum Beispiel direkt hier schon die Herzens Zwei. Die Karo Drei, die können wir eigentlich hier nicht benutzen. Können die nochmal öffnen, so und so. Jetzt brauchen wir entweder Karo Zwei, ist auch schon mal nicht schlecht. Ja, so müssen wir es halt weiterspielen. Ich werde es jetzt hier sein lassen, weil das dauert mit dem ewig. Ich glaube, soweit ich weiß, gibt es auch mittlerweile Möglichkeiten, das Ganze wegzulegen. Aber das weiß ich nicht ganz genau. Das richtige Solitär habe ich noch nie wirklich gespielt. Ich habe es immer nur Spinnensolitär gespielt. Dann haben wir natürlich noch die Accessories. Zum Beispiel unseren Taschenrechner, wo wir einfach nochmal vier Wurzel minus zwei eingeben werden. Und ich muss es natürlich auch richtig eingeben. Ja, und hier funktioniert es auch noch. Der Bug war hier so noch nicht drin. Card-File waren hier diese Karten, die man erstellen kann. Charakter-Map hier die Buchstabentabelle, die auch immer noch genauso aussieht wie heutzutage. Dann haben wir hier Chat. Cannot Start ist so eine Art Telefon-App. Dann haben wir hier zweimal eine Uhr, einmal die Clock normal und einmal die Clock 32. Was der genaue Unterschied ist, keine Ahnung. Ob die 32 irgendwie schneller läuft, als die normale. Ja, tatsächlich. Die schlägt früher um als die hier. Okay. Aber ist ein anderes Thema. Dann haben wir noch einen Media Player, den wir natürlich kennen. Net... Was? Net Watcher? Net Watcher? Dat Link Net Watcher Refreshed Cannot Be Found. Okay. Die Datei, die ist hier zwar schon drauf, aber die gibt es noch gar nicht. Note 32 ist sozusagen Notepad. Und das ist auch nochmal Notepad. Also das gleiche sozusagen. Was der Unterschied ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das hier 16-Bit und das hier 32-Bit. Hier war ja so ein bisschen schon der Umschwung auf 32-Bit. Deswegen gibt es hier wahrscheinlich auch noch größer als 16-Bit-Anwendung, wie diese hier. Wird wahrscheinlich auch das hier so sein. Und das ist eben die 32-Bit-Anwendung. Objektmanager. Objekte erstellen kann ich jetzt hier eigentlich im Video nicht zeigen. Paintbrush. Ganz normal. Kennen wir auch. Ganz normal zeichnen, wie wir es kennen. Können wir auch wieder schließen. Und wollen wir nicht speichern. Phone. Okay, wir können hier irgendwen anrufen. Allerdings geht es hier auch nur mit Telefonleitung. Soundrecorder, den wir nicht benutzen können, weil wir keinen Treiber drauf haben. Das heißt, der findet unser Mikrofon nicht. Schade. Terminal ist auch wieder hier. Telefonieren. Können wir auch weglassen. Ups. Ja. Da ist eh nichts drauf. Auch schließen. Winbug. Problemreporting-Tool. Also wenn wir irgendwas Problem haben, können wir hier die E-Mail-Adresse eingeben. Das bringt jetzt hier natürlich auch nichts, denn ja, ich bin jetzt hier natürlich auch nicht online. Und ich weiß nicht, ob man früher online ist. Win Meter sieht so aus, ob es es auch wieder nicht gibt. Win Pad. Eine Wischung aus Kalender, To-Do-List. Adressen, die man speichern kann und Notizen. Ich weiß nicht, ob es hier in 95 auch noch gab. Dann haben wir als nächstes. Wir können auch hier gar nicht den Maus kratzen. Wir sind so klicken. Wreit, ganz normal unser Word Pad. Und natürlich hier Wreit Pad. Wo ich jetzt auch nicht genau weiß, was hier der Unterschied ist. Hier ist aber noch ein bisschen mehr Optionen. Wahrscheinlich der Nachfolger vom Wreit. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten, denn sonst sehe ich hier gar nichts. Also können wir zusammenfassen. Windows Chicago. Im Grunde der Weg zu dem, was wir heutzutage kennen. Hier mit dem Networker können wir auch noch versuchen. Da kommt er allerdings auch nicht rauf. Und naja, da passiert ja auch nicht viel mehr. Können wir mal kurz auf File klicken. Ne, kann er auch nicht. Open Parent Phone, oder was ist das denn? Okay, kann er ja nicht öffnen. Also Windows Chicago, vor Version von Windows 95 und definitiv auf dem richtigen Weg in die jetzige. Können wir es auch noch suchen. File, Personal ist nichts und Resend ist das, was wir jetzt geöffnet haben. Und dann haben wir hier auch nochmal eine Help. Können wir hier so ein bisschen Informationen abrufen. Und was wir natürlich auch nochmal machen können ist, Command starten, WinWare. Hier sehen wir schon 386, Enhanced Mode, Windows Version 4.0 oder eben auch Windows 95 genannt. Von Copyright 91 wurde das Ganze hier entwickelt. Und 93 kam dann das dann irgendwann mal als Nutzungsmöglichkeit raus. Von daher würde ich sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald und ciao.